Was sind die häufigsten Ursachen von dünnem Samen? Es gibt zwei häufige Ursachen für dünnes Sperma, niedrige Spermienzahl und Fruktosemangel. Die Gründe für die erste hängen entweder vom Alter eines Mannes oder von seinem aktuellen sexuellen Aktivitätsgrad ab. Keine dieser Ursachen hat Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit eines Mannes. Selbst wenn die Spermienzahl zu dünn ist, kann die moderne Reproduktionsmedizin einem Mann die Chance geben, ein Kind zu zeugen. Dünnes Sperma ist ein Zustand, der durch wässrig aussehendes Sperma gekennzeichnet ist, dass eine andere Textur als früher normales Sperma haben kann. Wenn ein Mann plötzlich ohne ersichtlichen Grund auftaucht, könnte er denken, dass seine Anwesenheit ein Zeichen für eine abnehmende Fruchtbarkeit ist. In den allermeisten Fällen ist die Ursache etwas ganz anderes. Die häufigste Ursache für dünnes Sperma ist ein Fruktosemangel. Fast die Hälfte des Ejakulats besteht aus Fruktose, einem Zucker. Fruktose gelangt durch das Samenbläschen in das Ejakulat. Eine Zucker- und oder Kohlenhydratarme Ernährung trägt zur Erkrankung bei. Es wird schnell behoben, indem der Kohlenhydrat-Zuckerverbrauch erhöht wird. In der Pubertät, im jungen Erwachsenenalter und im mittleren Erwachsenenalter ist dünnes Sperma ein Zeichen regelmäßiger sexueller Aktivität. Die Hoden benötigen bis zu 72 Stunden, um das Sperma aufzufüllen. Tägliches Masturbieren oder Sex reduziert die während der Ejakulation verfügbare Samenmenge. Obwohl die Spermienzahl eines Mannes in diesem Fall geringer ist, hängt dies in keiner Weise mit der männlichen Unfruchtbarkeit zusammen. Es kommt sehr selten vor, dass ein Mann wegen völliger Unfruchtbarkeit dünnen Samen bekommt. Die meisten Männer haben, wenn sie 80 oder 90 Jahre alt sind, immer noch die Fähigkeit, ein Kind zu zeugen. Wenn ein Mann jedoch älter wird, sinkt seine Spermienzahl allmählich um bis zu 30 bis 40%. Diese Abnahme kann einen merklichen Einfluss auf das Aussehen und die Textur des Samens haben. Diese Änderung sollte nur einen Mann betreffen, der das mittlere Alter noch nicht überschritten hat. Wenn ein Mann trotz einer Änderung seiner sexuellen Aktivität und oder seiner Diät ständig dünnes Sperma hat, kann es erforderlich sein, einen auf Reproduktionsmedizin spezialisierten Arzt zu konsultieren. Dies gilt insbesondere, wenn man versucht, Kinder zu haben. Stellt ein Arzt eine niedrige Spermienzahl und oder Spermien mit geringer Motilität fest, sind möglicherweise weitere Untersuchungen erforderlich, um die zukünftige liegende Ursache zu ermitteln. Ein Mann ist möglicherweise immer noch in der Lage, ein Kind zu zeugen, wenn dünnes Sperma auf eine verminderte Fruchtbarkeit durch künstliche Befruchtung zurückzuführen ist. Bei diesem Verfahren werden lebensfähige Spermien isoliert und während des Eisprungs direkt in die Gebärmutter einer Frau eingeführt. Dieses Verfahren erhöht die Befruchtungschancen.